Ja, bei aktiven Anlaubern ein goldenes Ziel erfassen, was ist das denn? Hopp, Lieschen. Ja. Das ist natürlich scheiße, wie soll ich jetzt, fuck, das war glaube ich nicht gewollt, dass ich jetzt hier wieder einbreche. Das ist ein ganz starker, wa? Scheiße, du... Mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir überhaupt hin, sag mal. Obwohl das der Kreis ist, müsste hier irgendwo sein. Der da oben? So, ich stelle Schloss knacken. Aber ich bin eigentlich im Gebiet drinnen, wo wir den finden müssen. Ich muss ihn wahrscheinlich jetzt gleich erstmal nur auffinden, auflauern, wie gesagt dann. Aufspüren. Oh, das könnte das Wort sein, was ich gesagt habe. Neues Abgriff verfügen, was machen wir denn? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ruhig jetzt, ruhig, 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 ruhig. Man, wenn man sich so cool drauf fallen lassen könnte, weißt du, und dann ja, und dann raus hier, weißt du, John Marsons da. Aber es geht leider nicht. Okay, das war so gewollt, das war jetzt so gewollt. Er ist da drüben. Er ist da drüben. Und dann würde er den weg hin zu sehen, was er in der Hand hat. Oh, warte. Beide, wir sind da drüben. Dann bin ich da drüben. Dann kommen sie aus. Das war die drüben. Der ist da drüben. Kleiner, haben wir dich eingefangen? Es ist heiß da drin. Ich habe den Ofen angestocht. Das Feuer muss extrem heiß werden, um das Metall zu schmelzen. Weißt du was? Ich hoffe, du hast deine Brechstamme. Ofen? Ja, das kleine schicke Pferdchen. Was machst du denn da? Kotzt du dich aus? Die Welt ist scheiße, oder? Ich weiß genau, was du meinst. Die Welt ist so ungerecht. Jeder kriegt das, was er nicht verdient und das, was sie verdient haben, kriegen sie nicht. Oder so ähnlich. Was habe ich gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ist auch ziemlich interessant, wenn ich mir das jetzt mal gerade so angucke, dass nur auf der einen Hälfte der Stadt Sachen angezeigt werden. Schönes Ding. Mh. 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 Easy, easy! Wow! Oh! Zack! Alter, die Pistole! Kann man sich die... Also die Doppelläufe, das weiß ich, dass man sich die basteln konnte. Im Hauptspiel kann man diese vierfache Pistole, kann man sich die auch noch basteln. Wenn man hier mit seinen... Ja, herstellen halt einfach. Ihr wisst schon, was ich meine. Das wüsste ich gerne mal. Also wenn das jemand weiß oder so, gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil die vierfache Pistole... Also, boah. Ist schon krass. Krasses Ding. Sam und Conan Dogon sind mit dem Rest der Männer fort in Richtung Boston. Ich hoffe, sie schaffen es. Wir sollten so bald wie möglich dazuschlossen. Na, zuerst muss ich das einschmelzen. Dann brauche ich das Diagramm meines Designs. Ich habe es zur Sicherheit einem Offizier anvertraut. Du wirst ihn in der Taverne treffen. Hol es. Dann kann ich das Metall in die richtige Form bringen. Alles klar. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt der Laufbursche für Benjamin werden. Ich hoffe, wir haben bald auch mal was Handfestes in der Hand, sag ich mal. Dem hungernden Zivilisten helfen? Wo ist er denn? Was? 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 Was willst du denn? Zeit! Oah auch! Na komm. Jetzt mach doch mal was! Ich hab ihn vor dem Visier. Zack. Zack. Hallo, ich bin hier drüben. Hallo. Bämst. Na, noch jemand? Oh, danke, dass du hier herkommst. Super gemacht. Alter, wow. Ja, das war ein bisschen daneben, würde ich sagen. Lalalalalala. Wie viel kommt der da noch, Alter? Was hab ich hier wieder vom Kampf angezählt? Ich will mal auch die schwere Axt nehmen. Zack. Bats. Haben wir's jetzt endlich? Mein Gott, ihr habt doch eh keine Chance. Mit den ganzen Fertigkeiten, mit den geilen Waffen und so weiter, haben die sowieso gar keine Chance. Noch so ein Heuerling? Noch so ein Heuerling? Noch so ein Heuerling? Benjamin Franklin schickt mich zu dir. Tut mir leid, mein Freund. Wenn du etwas willst, musst du mich schlagen. Ich habe aber nicht sehr viel Zeit. Das ist meine Bedingung. Also gut. Doch beeilen wir uns. Das war aber ein schlechter Zug. Jetzt kann er meinen aber holen. Hast du eigentlich schon von dem kleinen Tumult gehört, letzte Nacht? Das war ein ganz schöner Kampf. Kampf ist nicht ganz richtig. Das war ein Massaker. Ein paar Jungs sind von Putnam reingelegt worden. War lustig. Was meinst du mit reingelegt worden? War auch echt kein Kunststück. Diese Trottel. Wovon redest du denn da? Putnam hat das Gerücht verbreitet, dass der Hauptmann der Wachen zu den Rebellen hält. Herrlich. Was? Ja. Putnam hat die Rotröcke dazu gebracht, alle gemeinsam zum Boston Neck zu kommen. Und dort hat er sie einfach niedergemäht. Was ist das für ein krankes Arschloch eigentlich? Und du bist dir ganz sicher? Ich war da. Ich hab gesehen, wie der alte Adams krepiert ist. Und ich hab gesehen. Vielen Dank.